So, Servus, willkommen zurück bei Mittelerde-Modorschatten! Seid für eine Pause vom Töten! Nö, ich komme jetzt! Ähm, kannst du mir Informationen geben? Bagger Bug! Versuchen... Blockieren, blockiert, lassen wir mal von vorne... Und der weiß schon, dass ich da bin! Furcht vor Verbrennen! Das ist möglich! Ich brauche nur ein Lagerfeuer! Äh, ist da drüben ein Karagor drin? Nein! Da müsste ich jetzt wissen, dass es mir da sein! Da drüben ist ein Lagerfeuer! Äh, was... Die Wahl hätte, ob ich ein Schütze oder ein Jäger sein sollte! Würde ich Jäger werden? Kein Pfeil kann so eine große Sauerei aus den Feinden machen, wie es Speere vermögen! Kann ich den anlocken? Komm schon! Die Streitmächte sind in Bewegung! Ich habe sie letzte Nacht marschieren hören! Was, der ist anfällig gegen Feuer und stellt sich neben Feuer! Ist der da? Nein, nicht ganz! Warte mal, das habe ich noch nie probiert! Man könnte ja eigentlich einen Grog ver... Okay, jetzt kommt er! Nein, noch nicht! Oh! Oh! Er hat mich halb tot in Ihren Wursen! Und Stolz-Reinberg! Ja! Fest mal gelöst! Geflohen bist du nicht! Der Grog! Der Grog! Ja, flieh, du! Sack! Zu hart für dich! Okay, das war... zu einfach! Es ist nur um die Tötung gegangen. yeah nein 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 Karagor ich hätte dich vorher gebraucht ich wollte euch da in den Pfeil drauf schießen aber die haben sich ja eh nicht gecheckt die sind tot die sind tot habt ihr das gehört? da lebt ihr noch hab ich mir wohl nur eingebildet da müssen wir uns woanders nach nem Kampf umsehen da war doch ein Geräusch nö braucht sie nicht doch du was macht denn hier der Küstliche? hmhm ich weiß nicht was soll denn das für ne Viecher sein die haben nämlich Stachel oben drauf es heißt der Waldläufer sei verflucht dann schleichten wir doch hinten rum sollten wir uns besser wappeln hallo 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 kein Häuptling ausgebildet ja die wählen wir aus wenn ich eine Truppe aus Jägern leiten warum solltest du das tun? dann können sie mir sagen wie ich meine Waffen vergifte nein du greifst mich nicht an wenn noch bist du auf meiner Seite nichts da Karagor böse Karagor oh da sind noch mehr ich glaub ich kann mal von vorne her irgendwie verzaubern aber ich weiß nicht mehr wie ich mach es lieber so denn das weiß ich dass es funktioniert ein Karagor gibt es noch da drüben ja ich weiß was dein Karagor ist kann ich dort raus springen? yeah meins ja so wir machen die Jungle jaja jaja meine Minions kann ich die eigentlich irgendwie die kann ich sicher irgendwie befehligen wo sie hingehen sollen hm das lerne ich schon irgendwann da sind noch Feinde in der Gegend ja soll ich sie euch zeigen? gut wir brauchen eine richtige Schlacht um der Welt zu zeigen dass wir es erst können ok kommt her Karagor Karagor Suizid alter Schwede Karagor da unten die checken eh nicht dass ich überhaupt bin also piep oje das war ja der Fuß haha nein du wachst nicht drauf du auch nicht auch nicht und du auch nicht das hat alles Futter 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 ok du bist kein Futter haha du wirst gleich zu spüren bekommen da kommt dein Freund und ich dachte er schlappt wieder so so für dich Mahlzeit der will ich noch nicht futter hey ja aber der hat keinen Hunger gehabt wo ist er denn hin? da hören irgendwo oh da gibts ihn Machen wir die äh die Mission daneben oder die was drauf ich schau sie mal an der stört mich da oben oh das war ja die Festung was wir gelehrt haben bei dem letzten Video glaube ich ja das ist er hi ähm das lautet mal ja das nehm ich wollt grad annehmen ein Bogen was muss ich denn machen ein Bogen was muss ich denn machen? warum sollte warum sollte er sonst wie ein Narr auf einem Caragor umher reiten? bist du da dahinter? ich hoffe zwei ja da war einer dahinter ok ok ich habe sie mal in Flamme gesetzt jetzt kann ich sie aufkillen ich glaube nur noch zwei Pfeile die anderen sind da drüben aber was tun die da hinten? ist da hinten irgendein Fass? ne da ist kein Fass aber aber na ihm muss sie töten ich glaube nicht dass äh Karagors da gelten guck mal da ist ein Toter da da auch da ist ein Toter aaaaaaah ja wer nicht denn der hinter mich steht? ok ich brauche Elbengeschossen ich habe keine Angst vor Caragor den nächsten den ich will werde ich zureißen da würde ich nicht machen weil die gehören immer mir oh Gott den treffe ich ja nie wie ich gesagt habe so ich habe ihn getroffen kann man sagen was man will alter wackelt der egal kommt her wissen die dass ich da bin? ohne zu betreten das geht weil ich kann sie niedermessen wenn die zwei da sind zumindest einer wenn der hintere nicht so langsam wäre ding ding was ist da? ich müsste bei ich seh schon gespenster zurück an die arbeit zurück an die arbeit ich zerstöre dich den hinteren dann den vorderen so da war nix ich war das nicht ich stehe ja unten der da oben der da oben den triff ich irgendwie nicht aber den können sie treten so gehts auch yeah ja häh 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 was die dann lachen warte mal ein kleines lachen ist das ist die das geht nicht warum lachst du? häh 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 Ach nö. Karagor, ich brauch dich. Oder? Ja, töten halt. Ich habe ein Schuthilf. Ich brauche Pfeile. Ich brauche Pfeile. Danke. So. Töte die Urux so schnell du kannst, um den Zorn des Häuptlings zu wecken. Hallo Karagor. Ähm. Warum ist doch niemand da? So zufrieden. So, ich brauche gleich noch einen. Aber da gibt es gleich noch eine Person. Die ist da drüben. Es gibt keine anderen mehr. Ist da schon nicht. Gut. Aber bei dem weiß ich noch nicht. Er hat Uga. Sag. Sag Uga Uga. Okay, der holt Freunde mit. Ah, da hinten. Brems hinter. Ja, wenn die Leute sterben. Und wir sind schnell sterben. Wie der da hinten. Ja. Wie der da hinten. Wo sind die alle jetzt totschauen? Okay, dann ist möglich. Nicht beim letzten Mal. Nicht dieses Mal. Möge dein Schwert rasten und zersplittern. Nö, danke. Aha. Du hast bloß auch hinschauen, ich wusste nicht. Schöner Kopf. Okay, ich glaube kaum, dass du nochmal wiederbelebt wird. Gestorben. Jetzt kommt meiner hoch. Oder? Haha. Ich brauche Informationen. Du, der schaut geil aus. Das ist ein Kramperslaufe. Brauche ich nicht mehr. Nein. Nein. Ich bleib nicht, wo ich bin. Nämlich da ist das Lagerfeuer. Komm her. Komm her. Mehr noch nicht. Jetzt. Wie der Speer im Zeitruppel vorbeigeflogen ist. Ich stelle dir das denn nicht sicher auf. Nichts. Nein. Ah, ich wurde den anderen. Kannst du über den drüberspringen? Danke! Kannst du nun auch K.O. machen? Du! Der hat nicht K.O. machen können! Ich weiß nicht warum die Tasche nicht funktioniert hat! Jetzt brauchst du es nicht mehr machen! Jetzt ist ich ja tot! Wie zum Beispiel? Warum von hinten? Oh! Du! 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 Okay wenn er noch lebt ist er mit F jetzt tot. Okay. Ich kapierne jetzt gar nicht dass ich da bin! Ich kämpfe neben euch! Endlich bin ich frei! Was zum Teufel ist da überall Chaos? Ich danke dir! Und damit würde er sagen, sieht man sich im nächsten Video! Servus!